Guten Tag, kennt ihr das? Ihr lädt was oder gebt einen Text ein und dann kommt diese Sicht. Ihr könnt jetzt unten auf Zurück gehen, hab ich jetzt gemacht. Habt ihr gesehen hoffentlich? Ja, haha. Nochmal, aber jetzt auf X-Sand ist was los? Stompam ist tot! Jetzt habt ihr auch das Tireppe mitbekommen. Stompam. Stompam. Ach, der Dings war noch eine Version, oder? Und dann habe ich diese. Hab auf Variationen gemacht. Und dann am anderen, ja. Stompam ist tot. Stompam war wieder ewig, aber das war das vorhin auch, wo es unterbrochen ist. Stomp. Aber ja, wenn ich dafür bezahle. Stomp. Wird der Dings wie anders sein. Stomp. 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 Ah, okay, 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 okay. Oh, boy. 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 Oh, boy.